Oh. Danke, Jonesy. Ja, du warst heute der richtige Mann auf dem richtigen Platz. Ja, das war er. Wir sind eine nette Crew. Tommy ist ein bisschen verrückter, aber das sind wir ja alle. Oh, danke. Es ist doch eigenartig. Was? Dass hier vor vielen Jahren Menschen gelebt haben. Und sich geliebt haben. Und auch ihre Probleme hatten. Wir wollten doch 24 Stunden Licht davon speichern. Deine schöne Zeit war es doch, Tommy. Aber jetzt ist es vorbei. Was heißt, es ist vorbei? Ich bin bis morgen hier. Es geht nicht mehr, Schiri. Schau. Tommy! Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich hielt Sie für jemand anderem. Seid ihr verrückt? Das ist die Falsche. Los, bringt Sie den Wagen. Verständigen Sie nicht die Polizei. Das würde Ihrer Kleinen nicht sehr gut bekommen. Sie wollen mich umbringen. Wer will Sie umbringen? Warum sollen wir es Ihnen nicht glauben? Bloß weil du ein Nervenbündel bist und vor jedem Eckstein Angst hast? Du hast keine Ahnung. Es ist kein Kinderspiel. Dann zwingen Sie uns, Jones umzulegen. Viel Vergnügen. Doch ich werde dafür sorgen, dass es Ihnen nicht gelingt. Sie sollten fliegen, Captain. Und mir nicht in mein Handwerk pushen. Kurt will seine Altersrente gewinnen. Ich muss ihm helfen, das viele Geld zu zählen. Es wird schon hell. Hey, Captain! Das ist ja eine Überraschung. Das ist nett, Kurt, Tommy. Sagen Sie Ihrem Gorilla, wenn er schießt, montieren wir ihn auseinander. Hey, Boss, Sie brauchen nicht zu wagen. Willkommen in Bayern.